Und hier auf der Strecke geht es auch weiter mit dem Seistars U-Bondier. Das ist ein Jontierschlepper, der in den USA zusammengebaut wurde mit drei Turbolader und 4000 PS und Metamult Treibstoff. Hat er einen vergangenen, fantastischen Blick und er zählt zu den absoluten Top-Traktoren in den Niederlanden. Wie gesagt, im letzten Winter in den USA war er aufgebaut, der Seistars U-Bondier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017